Hallo, mein Schatz. Wo bist du? Auf dem Weg zum Auto. Ich bin mir nicht bei dir. Das ist schön. Warst du beim Arzt? Ja. Und? Macht dich so spannend. Sag's dir, wenn du hier bist. Nein, sag's mir jetzt. Ich liebe dich. Ich liebe dich auf. Jetzt sag's schon, kriegen wir ein Baby? Ja oder nein? Ja oder nein? Ja. Ja? Ja. Ähm. Jung oder Mädchen? Das kannst du doch noch gar nicht sehen. Ist ja eigentlich auch egal, oder? Hauptsache es wird ein Junge. Leo, ist alles okay? Leo? Leo? Hallo, ich habe gerade eben mit meinem Mann gesprochen. Ich... Ja. Ja. Danke. Wofür? Darf ich den Kuchen? Das will ihr, Söder. Ja. Und? Ja. Ja. Und? Ja. Ja. Okay. Nina, es ist wieder soweit. Ich bin weiter später. Nein, das machen wir jetzt. Und dann ab ins Bett. Nina. Später. Nina, wenn du jetzt nicht ins Bett gehst, kann ich auch nicht ins Bett. Und ich bin müde. Ich will aber nicht ins Bett. Ich kann sowieso nicht laufen. Ich kann das. Ich kann das. Das war's. 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 Das war's.